Das war eigentlich nicht meine Intention unter dem Bad. Du bist ein normaler Support. Du spielst normal, ich farme. Wenn der Typ damit 10 Wins hat, kann ich damit auch keinen holen. Genau, genau. Okay. Okay, ist nicht so vielversprechend, muss ich sagen. Ja, ich muss auch sagen. Ich weiß nicht, ob mich das so abholen kann. Wenn du lieber sagst, Ezreal oder so ist es, dann spiel lieber Ezreal. Ist auch broken. Ja, also ich kann den Sender gerne spielen, aber dann halt nächste Woche lieber oder nicht. Warum soll ich jetzt Sender spielen? Ja, das können wir machen, ja. Oder wenn du halt in Game 5 keine Champs mehr hast, dann musst du sie picken. Also ein anderer Pick wäre Ezreal. Ich glaube, Rapptile spielt auch Ezreal, by the way, Leute. Du bist auch noch gefällig, weil er Sender spielen kann. Hat er Games aus Sender? Ich bin jetzt, was der Mitte gespielt hat, ne? Ja. Du spielst deinen eigenen Champion, ja. Beste, Mann. Ich denke, Rapptile spielt irgendwie alles, weil der experimentiert auch so krass viel. Aber Sender ist schon ein sehr eigener Champion, finde ich. Ja, true. Das bastet nicht unbedingt jeder einfach so. Ja, der hat das bestimmt auch gespielt. Ich kenn den vor allem für seine Kaiser, kenn ich den. Aber die ist ja auch raus. Die haben ja schon Take-A-Wade, ne? Oh, aber sehr prügig wieder mit den 200 IQ-Moves, ja nicht schlecht. Oh, Zion. Zion. Kommt jetzt die OCP-Runde. Wahrscheinlich Trundle? Oh, wait, na. Na? Na. Also, ist halt AD oder Chang, ne? Also, ich halte der 100 Pro mit Face-Rush oder nichts. Ist nicht Gwen sau gut gegen Zion? Kann doch nicht. Lass Gwen Flex picken, actually. Gwen Flex, ja. Gwen Flex. Also, das ist ja gut, ne? Fast alle Top-Länder-Lane gegenseitig. Es gibt neuen Gwen-Skin. Der Chat weiß doch 100 Pro Bescheid. Worüber beschwert er sich am meisten? Fiora. Er wird erst Fiora. Später. Außer Mordecai und so, ist alles egal. Aber wir können den Esvil blinden, I guess. Pick ihm Esvil weg. Riven ist sehr gut. Er bannt Yon jedes Game. Mann Yon ist nicht gut. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja gut, dann... Mann Yon ist Handbruch. Ja, dann schicken wir Freddy auf die obere Linie. Weißt du, wenn er ADS umgeht, ist ja gut. Mann Yon ist auch Handbruch. Oh, Scheiße. Garne, es tut mir leid. Ich würde wirklich gerne... Wait, Bruecki, du hast Yon gespielt. Bruecki, Yon. Guck mal, komm mal. Actually, aber Brueckis Yon ist wahrscheinlich der Beste in NNO. Ja, probably. Also, ich bin einfach... Ja, weiß ich jetzt nicht. Okay, das ist Karma Support, ne? Wolle... Ist das ein echter VEGO? Nee, auf jeden Fall nicht. Geil. Ähm... Das ist kein echter VEGO. Kein echter VEGO. Aber wir könnten hier... Also, wir könnten Belrith, ich könnte die Gwen... Oder willst du die Gwen? Ich kann die Gwen gerne spielen, gerne. Das müsste man eigentlich auf Merch printen. Ist das nächste VEGO. Oder ich gehe K6. Weil der kann doch nicht Nautilus nehmen. Nautilus raus, ja. Leona. Okay, okay, okay. Ist Rell nicht noch offen? Das ist der Moment! Die Tam-Star-Get zahlen sich endlich aus! Es ist Tam hier, oder? Hä? Tam Ezreal. Fuck Tam. Ezreal ist safe genug. Ja, dann... Braum! 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 Also, Mordekaiser ist ja auch Turbo-Pigging-Star und Leona und so, ne? Ich sag VEGO, sag ich auch. Wenn wir AD mitnehmen wollen, dann ja. Aber wir haben ja schon Gwen-Jungle dann. Ja, true. Wait, was ist Arakan? Ah ne, mein Champion. Was hab ich grad gespielt? Nautilus. Ich hab Nautilus gespielt. Ah. Ein Main-Champion. Wir könnten GP flexen, aber es ist kein Flex, weil Sion ist gut gegen GP. Danke. Dankeschön. Also, wir sollten wahrscheinlich Last-Pick-Top nehmen, oder? Also, ich geh mit der Gwen-Top, oder ich kann auch Ugo-Top-Lane-Pick. Ich kann Rumble-Top-Lane gehen, ich kann Mordekaiser gehen. Am Ende wird er immer Proxy und halt AD-Sound sein. Er ist immer lästig. Also, egal was ich spiele, er ist lästig. Also, wenn du Top-Lane-Gwen spielen möchtest, dann pick Mikasa. Du bist so ein guter Champion, der gut für dich ist hier. Karsix ist geil. Argo, in Karsix hör ich sehr gerne in meinem Team. Oder Bellweth oder Lilia. Bellweth find ich halt auch geil, wenn du sie wegpickst von ihm. Lilia ist insane, oder? Oder wir nehmen Bellweth, damit wir diese wegpicken, ja. Find ich auch keiner geil, ehrlich gesagt. Dann rein da, ja, Bellweth. Ich seh jetzt schon wieder die ganzen Eaps in allen Chats. Ich will unbedingt einmal EAP haben nachher. Ich glaub, mit Lilia wär zu viel AP gewesen, vielleicht. Ja, wenn wir Gangplank haben, ich glaub nicht, ne? Dann nicht, ja. Vane ist fucking disgusting, ja, holy shit. Findest du? Aber ist es? Wir haben ja nur Outlet-Egal. Gegen Ezreal ist auch nicht gut. Findest du? Doch. Können wir irgendeinen Zoningschein bezahlen für Vane? Ja, Gangplank. Irgendwas mit Range. Nee, halt, Gangplank ist jetzt nicht mehr gut, ne. Viktor oder so, dann. Serat? Uri. Wieso spielst du kein Zerat? Es spielt jetzt nicht Kartos Mitte, oder? Leute. Ich glaub, das ist... Okay! Es ist Velcos! Es ist Velcos! Es ist Velcos! Ja, wenn Kartos Mitte ist, ist Velcos hier free! Ja, wenn Kartos Mitte ist, ist Velcos hier free! Gegen Diego auch! Ja und Velcos! Es ist einfach... Es ist einfach... Wenn ihr Sieg... Wenn ihr Sieg... Wenn ihr Sieg... Text braucht, fragt einfach mich! Fragt einfach mich, Leute! Velcos haben kein Schweres gewesen, aber nur den Velcos. Aber es ist doch niemals Kartos Mitte! Es ist Viego Mitte, würd ich sagen. Viego Mitte ist es. Oh, wobei, der hat vor zwei Tagen Kartos gespielt. Er spielt niemals Kartos Mitte. Das hat er legit... Er hat schon... Nein! Nein! Er spielt nicht Kartos Mitte. Es ist Kartos! Es ist Viego Mitte! Algorin... Halt Stopp! Die können ja nicht mehr Swoppen, ne? Natürlich können die Swoppen. Bis zum zweiten. Okay. Ich sag Kartos Mitte. Und ich sag... Verdammt, das ist Kartos Mitte. Äh... Ich sag trotzdem noch, dass die wechseln. Hm... Freddy, du musst jetzt 10-0 gehen, um einen Point zu proven, ne? Mit Velcos? Ja. Das ist ein guter Picker. Velcos ist ein guter Picker. Nehm... Nehm ich Heel mit? Ja. Er steht, das ist einfach ein guter Takeaway, dann haben die keinen Velcos mehr. Ja, ja, eben. Ist schon sehr gut, ja. Und der ist auch insane gegen ihre Champions League. Leandris hier Velcos später. Ich poke die komplett weg, ja. Hol den Geodreik raus. Ich hab 240 FPS. Das ist noch so ungewohnt, dass das Game flüssig ist, ne? Ich kann's dir gar nicht vorstellen. Was hattest du denn für einen Toaster davor? Ich hatte so einen Toaster davor, ne? Crazy. Kannst du nebenbei Streams anhaben und immer noch 240 FPS? Warte. Die Frage ist, hast du 240 Hertz Monitor? Das schafft mein Computer nicht. Das schafft mein Computer nicht. Machen wir den Argo in Stream auf. Ja. 240 FPS. Aber auch in Team... Das ist... Das ist verdammt normal. Das ist die Technik, ey. Ist das krass. Waren wir was mit Braum? Level 1? Later wait? No? Yes yes? No? Na na na. Wir fahren einfach. Dafür ist es zu spät. Wir können mich entwenden. Ich hab keinen Flasch. Ich hab Angst. Ich weiß gar nicht, wie Botlane läuft. Das ist so eine random Millioner-Vane. Vayne ist... Ist really annoying, weil die ganze Zeit in ihren eigenen Minions queuen wird. Und, äh... Die müssen Damage irgendwie aus dem Weg gehen. Ja, ja. Ich kann sie auch nicht wirklich punishen. Aber... Ne, eben. Ähm. Was wir müssen machen, müssen wir Level 1 prior holen. Können wir aber, wenn du ein bisschen mithittest. Achte darauf, ob du nicht mit deinem ersten Minion... Also das sind sicher auf der ersten Wave-Shares. Äh... Gar nicht? Also einmal ist doch fein, oder? Äh... Von mir aus einmal. Ich... Sollte können. Oh, okay. Ich hab's schon. Nice. Grandissimo. Robi dich doch, Burschi! Ja, aber der wird trotzdem mal nur den Punkt proxien können, ne? Also ist nichts zu ändern. Ja, ja. Ich, äh... Das ist gonna happen. Ich würde bloß versuchen, das hier zu bekommen. Mhm. Da bin ich ziemlich strong. Wollen wir rein? Wir gewinnen Level 1 E. Ja, ja. Wir gewinnen Level 1 E. Jetzt oder nie! Nice! Er scheint wieder Gericht zu haben. Ich habe gewisse oder schlimmeres E. Ein bisschen meiner von euch mitstanden. Ich... 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 Spiel die die ganze zeit, wenn sie offen ist. Aber sie ist... einfach von Ger und ban. Ja. Warum wo you? Ist schon crazy. Aber dafür, weil ich gar keine ... Ich hab' jetzt irgendwie 70 oder 80% Wärmenrate auf ihr wisst. Hier aber auch super disgusting, wenn die offen ist, ne? Oh nice. Echt, sehr sehr nice. Was genau ist denn da? Unser CS lädt. Du bist nice. Die ersten zwei Waves. Fürchte es About to Star da, Green. Willst du mich kollapsen oder was willst du machen? Hast du weh? Ich hab weh. Wer wird der Jungler von denen? Ja, vor Zeit. Ich glaube auch nicht, dass er was anderes macht als zurückgehen. Er ist nicht killbar, oder? Ist der killbar oben? Er ist safe killbar. Er hat kein Mana mehr, aber wir müssen gleich aufpassen. Wir müssen schauen, dass wir die Waves jetzt crashen. Sonst werden wir gleich gefickt. Okay, ich lauf mal drauf, aber ich... Wir können zurückficken. Er hat Facelashen. Er hat Facelashen. Okay, okay, okay. Meinst? Willst du rein spielen? Ne, ne, ne. Nicht zu sehr, aber ich will zumindest die... Ich komm noch ran, ich komm noch ran. Okay, aber ich komm nicht mehr wirklich an. Ich will denen nicht ihre Wincon geben. Ich würd's oben sehen. Den Flash krieg's gut, aber ich würd ihr euch nicht vorstellen. Oh. Ach mein Gott, der Hotkey ist auch nicht. Wir müssen denen denen Wincon geben. Wir müssen denen denen Wincon geben. Wie bitte? Wir müssen denen denen Wincon geben. Ich kann das slow machen, wenn du rausgehen, wenn du willst. Wir haben gespielt bis hier. Der Share ist nicht gut, ne? Ist nicht mehr caring. Ist nicht mehr caring. Ist richtig, aber es reicht. Tatsächlich könnte der Wego hier jetzt sein. Mit Alzheimer's. Ne, der ist immer noch Botzeit, oder? Haben wir den gesehen? Ne. Ja, noch nicht. Ich glaub, er ist actually geresettet. Er ist smart. Mach ich, ja. Da ist er. Der Spotcrap ist er auch. Das Jungle ist schon mal gespielt, oder? Ne, vor allem hab ich ihm das gecoacht. Direkt die falsche Information gegeben. Hier wird gleich gecoxed. Ruhig. Versuch ich. Du musst danach nur nicht allein werden. Der ist jetzt auch immer da dran. Das ist echt ein ziemlicher Flexer. Nice. Boah, schön unten. Weit fällt. Gute Chats. Stopp. Kadus ist missing bald 6, ne? Kein GG mehr. Schild in 10. Schild in 10. Wissen wir, wo Wego ist? Der ist jetzt gerade eine Wölfe, hm? Sion ist wild. Ja, der wird nicht mehr auf in die Scam. Ich hab die Beatwarnung, ich hab mit Proxy. Der hat probably not Wurf, actually. Oh, keine Ahnung. Kadus missing, Kadus missing. Wir können actually hier Dragon machen, by the way. Sorry, ich hätte früher callen sollen. Aber bei uns ist komplett free grad. Ähm. Ne. Ich hab keinen Timer. Okay. Wieso keiner langweil auch, ne? Ne, ich hab keinen Timer. Ist halt auch ein Mountain Rain, ne? Der Stout ist Arschlange, ja. What? Ja, wir können auch hier basen. Red Brückel-Torn. Na gut. Mit der 6 jetzt? Aber mit einem Ward auf Dragon, wenn es geht. Ach ja, das ist jetzt auch noch Anforderungen. Ja, weil er kann halt sonst Dragon machen, ne? I guess. Er hat maybe Crux gemacht. Er hat einen Minion durchgelassen. Ziemlich süß das. Er hatte meine Raptoren. Oh mein Gott! Schlackern hat deine Eier nicht? Ich kann nicht killen, er kann rausholten. Ah, der ist jetzt schon. Shit. Kann der nicht killen? Ich hab zu spät Records. Aber du willst nichts machen, oder? Du gehst ins Base, oder? Also wir könnten jetzt Dragon machen, ja. Okay, weil enemy Bocklin ist ungefähr jetzt gerade in ihrer Base angekommen. Ah, du musst pushen, Rückel? Ja. Nicht füßen, nicht füßen. Freddy, brauchst du Hilfe bei deinem Ausbruch? Das ist fucking crazy, dass er ab Zorn ziehen kann so early, oder? Ja, dritte Wave gebroxet, ja. Hier hinten. Du kommst direkt zu mir, oder Argold? Er ist wirklich der beste Flusser auf der Welt. Mit dem Pick. Ich glaub nicht, dass du das rauskriegst, Rückel. Also du kannst einfach in einer Even-Wave-State, glaub ich, laufen. Mhm. Wir sehen Leona nicht, pass mal bitte auf, ne. Die haben wir... Geh mal hier rein. Geh mal hier rein. Geh mal hier rein. Die sind hier. Die Dessert drinnen. Warte da drüben, warte da drüben. Mit hat kein Mana von denen, ne? Leona kommt. Wo ist ein Wego, wenn es geht? Aber ich schon, wir werden... Lass mit rein, lass mit rein. Die geben den einfach. Zorn kann hier mit so hobern, mit Old. Vorsicht. Ja, prox einfach nur. Schöne Sache, Harrys. Ja, da wird... Also... Können wir den... Gleich killen bei den nächsten Raptoren? Ja, also... Ich muss dann auch... Unsere Wave-Push. Wir können... Ich glaub wahrscheinlich eher mit... Genau, mit Braum zu machen, genau. Genau. War der auf... Schon auf seinen Raptoren, oder? Ne, auf meinen. Ach so, lol. Das ist ja voll. Das hat einmal gemacht. Ich kann auch gucken. Also ich kann... Aber ich bin mir ziemlich sicher, er wird die jetzt wieder nehmen gleich. 100 pro. Ja. Wenn der dritte Wave-Proxit, ja. Genau. Okay, dann geh ich jetzt Base. Wego's topside. Ich weiß halt nicht mal, ob das überhaupt geht, ne? Die Wave ist ziemlich ass dann. Ne, aber er... Ne, ist nicht so ass. Ist nicht so ass. Ich zieh durch. Ich kann nicht wirklich move'n. Ja, ich würde dann... Du bist auch nicht rechtzeitig da, glaub ich. Dann sind wir fertig damit. Ja, bin ich ja nicht. Für... Die werden wirklich, glaub ich, denken. Mhm. Dann lauf ich einfach mal mit den. Mhm. Leona Flash. Ey, ich glaub das war jetzt einfach mal unseren Jugnoid-Cavern. Ne. Good job, Freddy. Sorry. Hätten wir callen müssen. Es war Flash Ignite von der Leona. Sorry. Good job. Und Flash mit ist auch hot. Äh, mit den EP. Golf. Oh, der hat das jetzt schießen können. Nein. Das ist dein, das ist dein, das ist dein. Versuch rein. Wego Shroud ist hier. Wego Shroud ist hier. Er war auch gerade bei mir. Drake Pit. Du musst einfach den... Okay. Rollen wir. Leona, Korn zusammen. Wir müssen Groupen mit... 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 Ah, der Zug ist für mich abgefahren. Ja, dann... Ich move rein. Ziemlich strong, ja. Also, du müsst für mich tanken ein bisschen, weil ich bin ein bisschen low. Aber ich... Ich hab besseren Smite-Buy-Druck. Wir könnten vielleicht einfach den... Kardus old kommen. Und... Der Dingenskirhens hat geflasht. Ich muss slow spielen, okay. Ist huge, Leute. Good job. Da haben sie nicht in der Wand. Kannst du noch queuen? Auf ihn ja. Hier, hier. Super low. Weiter fängt. Oh, Freakle. Habt ihr den? Kardus? Wenn du... Ja, ich kann noch rankommen vielleicht. Wenn. Der hat kein... Der hat kein Flash. Oh, was wird mich erwarten. Ich muss kurz warten. Keine Ult, ja. Okay. Ihr hübschen Menschen. Good job. Er ist ein HP. Er ist ein Ult. Er ist ein Ult. Er ist ein Ult. Ohhhh. Nice. Wollen wir mit dir direkt pushen? Äh, ja. Perfekt. Ich bin gewaist. Hier werde keine... Zweifels gespawnt. Oh, da hätte ich verplatten sollen. Das ist das wild. Jetzt, weil du nicht viel mehr spawnen kannst. Ich glaube, wir hast denn das kurz. Wir hast denn das kurz. Ich hab 2000 Gold. Oh, ich würde so gerne zerflatten nehmen, aber... Der TP zurück und... Ja. Nice, Brücke. Schwester kommt. Äh... Mach mich richtig glücklich gerade. Da war ich sehr nice, Leute. Da war ich... Ja, du. Das sollte jetzt ganz gut sein für uns, ja. Ich hab auch noch mal keine Prior Bot. Aber... 3 und 3 bin ich stärker als ich. Also, ich würde jetzt einfach nochmal nach oben farmen. Gut, dann schön. Hoffentlich kann er diesmal nicht wieder Rattorn nehmen. Und dann können wir vielleicht ihn einfach tooten mit. Er hat keinen Flash, er ist einfach tot, by the way. Jetzt. Ja, ja, ich glaube auch. Wenn du eine W triffst. Ja, ja. Nach diesem Place. Sollte free sein. Wir wissen nicht, wo Leona ist. Zaun ist Mist. Er hätte aus langem wieder top sein müssen. Ich bin verwirrt. Zaun ist Mist, careful. Wann ist Flash von ähm... Von Mitte? Weil das ist auf jeden Fall einfacher als Sion. Boah, den weiß ich nicht. Aber so ansonsten... Ich glaube der ist ungefähr noch eine Minute. Ja, der ist schon schnell. So Flash haben wir es. Mal gucken. Geil. Ich schliff, wacke dich. Die Hard pushen... Hier unten. Ja, die wollen den... Das Harry Clay glaube ich vielleicht... Verzeihigen. Ich kann es für eine Weile Lane halten. Leona moved Mitte. Leona moved Mitte. Das sollte ab sein, wenn du es machen möchtest. Ich will es nicht machen. Ich kann Zeit dafür. Proxy dann wieder die Waves. Ich kann nicht eine Weile geben, weißt du? Ich kann nicht eine Weile geben, weißt du? Ich kann nicht eine Weile geben. Was auch Freddy, ne? Vielleicht sterbe ich, wenn ich hier durchlaufe. Mal schauen. He didn't die. Leona freezes Mitte. Nice. Wollen wir die töten? Ja. Ähm... Kinder? Oder keine Kinder? Leggo top, Leggo top. Hier ist die E. Ich bin auch top. Ich bin auch top. Das ist fein. Kannst Kinder machen, wenn du willst. Der Mann kann ich. Ich hab... Keine Waves. Aber es ist bad. Er hat noch TP. Ich komme auch. Ich komme auch. Er hat noch TP. Aber dann forsten wir es. Ich hab Demonisch. Kannst du mich kurz ranlaufen? Oh, wait. Hä? Okay, Dantes ist raus, ne? Der ist hier. Freddy, vorsichtig. Können wir den nicht einfach töten? Mit Braum? Mit Braum-Tanks? Ja. Ich weiß nicht, ob Kardus ult hat, Leute. Nice. Fucking geil. Insane. Good job, guys. Jetzt auf jeden Fall. Ne, kein Harald. Aber eine Kinderwave, okay? Eine Kinderwave. Alles klar. Ich würde einfach kurz eine W reinwerfen. Und dich verlieren lassen. Ja, mach. Und dann neben dir Basen. Du kriegst ein Kinder, okay? Alles gut. Ich mag Kinder nicht. Aber deine sind wunderschön. Nice. Hast du den Mann mal angeschaut, obviously? Meine Kardus kommt auch nach oben. Ähm, so. Und jetzt müssen wir, glaub ich, einmal mit der Held und zusammen mit der Gehen. Ich muss einmal halt noch den Reset kriegen. Shit. Wenn dann einmal... Ich hab noch 50 Sekunden. Ich hab noch 50 Sekunden. Leona war auch hier. Wer ist bot der Null? Das ist bot der Null von Zion. Leona, Top. Lass Dragon direkt machen, oder? Wir pushen Mitte zusammen aus und... Ich geh direkt hoch. Ich geh direkt hoch. Äh, ist das gut? Ich hab TP. In 20 erst. Willst du sagen? Heim? Dann geh schon direkt runter. Match, 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 match. Okay, wenn ihr Matchen wollt. Aber der kriegt jetzt zwei Platten unten, ne? Okay, geil. Du siehst die Leona, Freddy, ne? Ist nicht die Welt. Ja, ja. Wego ist auch hier. Oh no. Ein Topliner ist das alles. Du glaub mir. Ich bin bot eh nicht in time. Und kann ja auch nicht schaffen. Äh, ist okay. Ich hab TP in Ego hier. Kannst du mir das helfen, Freddy? Äh... Die contesten hier irgendwie. Ja, die Waves geproxied. Er kommt jetzt hier hinter euch, ne? Er ist hier hinter euch, Freddy. Vorsicht. Das ist mit dem... Kados? Keine Ulti, keine Ulti. Ich kann auch Sauron jumpen. Ich kann auch Sauron jumpen. Kados kein Flash. Der kein Ult, der kein Ult. Hier, Wego. Leona. Leona? Wir sind so süß. Äh, ich hab keine... Soviel Schaden. Scheiße, Mann. Ich geb bot lane Demodisch auslösen, I think. Der hat keine Ult. Weißt du ja, was jemand auf der Flash hat? Äh... Er sollte haben. Wer? Er sollte haben. Er sollte haben. Wie? Go? Argo den hasst randoms. Das Game sieht sehr erfreulich aus bis jetzt. Ja, ja. Let's go, Leute. Huge. Wait, wollen wir den auch noch töten? Äh... Was hältst du da von Jolkin? Ja, er hat... Aber... Hat er der Ult? Nein, nein, nein. Wenn er Ult hat, mach ich's nicht. Er hat kein Ult. Kein Ult. Aber er hat Flash. Das soll ich nicht mehr dann. Aber wir müssen vor dem Tirid, ne? Leona Mitte. Die hat Flash. Wenn ich davon laufe, dass der auch ist. Oh mein Gott, Freddy. Tweet. Okay, das war sexiest Fuck, der Double Slow. Das fühlt sich so gut an, wenn du das Doppeltriffst, ne? Ja. Jungs, die Goombaren euch gleich alle weg da unten. Oh oh. Ja, ich glaub ihr werdet gleich richtig gegoombat. Ich bin fein dagegen. Bist du fein dagegen? Ich bin auch fein. Leona seht ihr? Die hat Flash und... Ich kann raus ghosten. Ich hab Flash noch. Ich hab Flash noch. Okay, sie chasen nicht. Oh ihr seid ja solche Dreckigen. Wir sind schon Dreckige, ja. Das ist schon richtig. Also in Manier des gegnerischen Teams könnte das ein 15er werden hier, glaub ich. Oh, Freddy Freak! Wait. Woher weißt du, dass ich hier bin? Ist er da? Ja, er hat Peer recalled. Wahrscheinlich Watts, wir haben Dreck gefightet, oder? Ich geh ihn abfacken. Das Blackstown jetzt. Oh no. Ähm, ja, der Herald ist ab. Bauen wir den Namen. Ich würd sagen, wir warten kurz, weil wenn Baus Topset ist, sollten wir's vielleicht nicht unbedingt spielen. Kannst du Vision draufkriegen? Nee, ich brauch wieder kein Minion. Das heißt, ich würd einfach die Bot-Side camps nehmen und dann gucken wir, okay, ob's free ist. TP Mitte. Du meinst einfach nur Shallow Vision of Herald, oder? Einfach ein bisschen... Krabbel wär auch noch da. Bluffen, bluffen. Vielleicht kannst du den Valkos nehmen. Valkos, glaub ich, nimmt grad andere Dinge. Nämlich... Kato so Hops. Wir haben einen Move. Nehmen wir auf ein. Q in zwei. Ah, du hast nix mehr, oder? Ja, na. Erwin ist schon huge. Wir nehmen zwei Champions weg. Und gewinnen. Ja, erst mal gewinnen jetzt. So cool das. Ey, der ist jetzt grad hier reingelaufen. Ey, hier hat jemand grad nen Mord ausgemacht. Der ist hier, der ist hier, der ist hier. Wir müssen jetzt immer noch... Gegen Baus Ramos gewinnen nachher, ne? Das wird fucking rough. Aber dann einfach nochmal gewinnen, oder nicht? Dürfen ja nicht. Nochmal gewinnen. Ey, die da oben trollt aber grad, oder? Ne, pick me the Rumble oder so. Ah, du altes Draftmaster. Agurin, Agurin, Agurin. Äh, ich würd da... Fuck it. Okay, nein, das ist zu late. Das ist einfach genug Vision kriegen, sodass Brücki rauspuschen kann. Geh ihm helfen. Geh ihm helfen. Push mit Brücki raus. Das ist wichtig. Du kannst mir, glaub ich, nicht helfen. Die Uplettung ist somit. Dann bin ich auch da. Dann helf ich auch. Okay. Ich hab echt hier jetzt kein Wort mehr. Ich lass da nicht zu, dass sie fucking Pryo kriegt hier. Ne, ist schon illegal. Hat die Flash, Brücki? Mit der könnte wieder Ultor. Ja, Brücki? Brücki? Ja, hat sie. Ja. Ich krieg einfach keine Passive drauf. I can't believe it. Sorry. Das ist normal. Das ist, deswegen gesagt. Okay, das ist gut gegen uns. Wir haben nur Art Tracker. Okay, die drei Men botlane. Und Leona kriegt den Kill. Den Shutdown. Wenn ich trotzdem oplanen kann. Ich werd recoillen direkt. Du brauchst mich nicht mehr, ne? Eineinhalb auf Soulpoint. Also in den Turm wirklich hittet's? Er würde eh machen, oder? Ja. Hinter den Tipin. Aber der ist weg, bis ich da bin. Vielleicht kannst du mit Braum zusammen töten. Ich wollt grad sagen. Ja ne, sie werden raus. Die Pushtel 2. Okay, wir sollten weitermachen dann. Sonst machen wir weiter, okay? Mhm. Ich find das was denn mehr. Mhm. Actually, ich weiß nicht, ob das so smart ist. Dragon in der Minute, ne? Ich glaub, wir sagten... Der war mit Diddy Wave, okay? Topside nicht zu lang, Overstain. Einfach so viele Solo-Kills auf Yamato wie möglich farmen. Und das macht so Spaß, ey. Ich bin hinter dir. Ich beck dich hier da ab. Bis hin. Sollen wir? Wir haben keine Braumult, äh, Signult, wenn die kommen. Ich glaub, wir sollten einmal Wattland spielen jetzt. Vielleicht durch alle zusammen. Ja, okay, jetzt hab ich ihn dir geheatet, ne? Das ist schon ein sehr Ehrenmann-Move, ihn so Hopps zu nehmen. Macht mich schon glücklich. Wir brauchen DTP-Mitte? Äh? Wir brauchen Gott-Mitte. Ich will lieber Wattland zwischen. Sie ist zu schnell für mich. Sie ist auch zu schnell für mich! Wir dürfen nicht Top-Land C2 verlieren, doch. Irgendwann muss Top-Land in. Jetzt hört aufs Spaß zu haben, ja. Das ist ernsthaft Business. Hallo, es geht um den True-Toot Cup. Jetzt auch mal ein bisschen anspannen, ja. Zehn Sekunden ist Drake, ne? Ja. Warum ist der alle Top-Tippen? Oh, Flash. Oh. Oh, und das cool? Bröki? Okay. Macri ist, ne? Äh, Bray? Ich bin da. Zolkin wär, glaub ich, auch da. Ich glaub, du kannst mal Farmen obendurch. Ja. Ich würd schnell noch ne Wave-Farm. Ich würd die Wave nehmen und dann kommen, oder? Hier ist ein Wege. Hm. Ich mein, ich weiß halt nicht, was ich nicht. Ich glaub, es kommt besser als für die. Aber also, ja, ja, ja. Ich komm sich jetzt halber. Ich komm nicht. Die gehen Bot-Lin, die gehen Bot-Lin rauf. Vego, Vego ist vor uns da. Können wir einfach den Dragon spielen jetzt? Ja. Ich bin Finder. Leona ist auch hier. Ich werd Recon und wenn ich brauche, tipe ich, wenn ich dann nicht. Ja, wollen wir danach direkt Bot-Tier-Zweige? Wir müssen Mitte noch eine rauspusten, aber das kann Bröki ja nicht machen, wie ein Bot-Tier-Zweil. Kennen du. Ist das okay, Bröki? Klappt. Mehr aber. So, wärst du mit? Können wir den Gangle einnehmen zusammen? Gwen kann hochgehen oder über Mitte? Je. Je nachdem, wo es Simon geht. Aber Bröki kommt halt so nicht zu uns, wir haben keine mit-Prior. Ja, Bröki kann gleich laufen. Der kann easy durchlaufen. Bei mir, bei mir, bei mir. Da muss Traps vielleicht? Ne, ne. Ja, spielt die Wave. Ich hab nen Vego. Der Twitch tippt, aber ich glaub, wir können drauf. Können wir, ja. Guck ein bisschen auf seinen Tipe hinter euch, ich guck auch ein bisschen mit. Tipe kommt, Tipe kommt. Kommt. Hast du zurück? Ich hab ja mich dabei. Aragoryn hat nur vor Gott Angst. Ich Tipe, ich Tipe auch. Ich Tipe auch. Bröki ist auch gleich da. Sieht gut aus. Komm. Gewinns. You killed them all here? Wir sind sehr low hinten. Hast du bestimmt vielleicht noch? Vorsicht, sein Passive. Vorsicht, sein Passive. Vorsicht, sein Passive. Vorsicht, sein Passive. Slip, Slip. Ah, ja, ja. Das ist echt krass, dass wir fast wurden haben. Ja, Bröki, ich war erst später da, als die halt. Ich hab jetzt halt Base für Nash spielen, oder? Er kriegt niemals den Töten. Wir kriegen den, wir kriegen den, wir kriegen den. Ich will den haben. Dann lass den holen. Also in fünf Sekunden Tipe, Kados hinter euch, okay? Ja, dann schicken wir den. Völlig nutzlos, der Kados, ne? Der ist gut, der ist gut. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Du musst aufpassen, dass sie nicht Nash rushen. Den Nash kauft man nicht besser von den Algern oder so. Die können Nash machen. So spät Base. Ich bin schon mal auf dem Weg. Ich kann da sein. Also es ist mindestens 50-50 für uns. Noice, noice. Wollen wir das selbe jetzt? Ich hab kein TP mehr. Also ich bin ein bisschen... Aber du kannst ja mitkommen, wolltest du nicht? Und du kannst mitte gehen und alle anderen gehen. Was baut man jetzt? Was baut man? Du machst was? Was baut man? Armapen, ne? Hier ist ein Sion. Ich bau einfach. Aber irgendwie ist das... Jetzt grad Cringe, oder? Ich bin alleine der Top-Man. Sion war hier. Ja, Freddy, du musst extrem aufpassen. Du wirst gleich richtig angeflasht. Haben die Flashes noch? Oh, sie haben jetzt ein Busch. Vorsicht oben auch. Ihr könnt auch oben angegangen werden, ne? Ja. Hier ist jemand, bei mir ist jemand. Wir ziehen jetzt hoch. Können wir zusammen... Können wir im Rhythm mal zusammenkommen? Die Langustin nehmen? Ich hab kein TP mehr. Und dann kannst du mitte verschieben, Tolkien? Ja, mach ich jetzt auch. Damit die da jetzt hier töten kriegen. Ja, ich glaub, wir können alle zusammen, oder? Ach so, wir wollen gewend shiften. Okay, ja. Oh, Sion, Sion, Sion. Okay, dann lass die Top-Wave nehmen. Ah, ne, die kann ich nicht. Top-Wave, die Top-Wave, die Top-Wave. Das ist einfach die Wave-Push. Ah, Dreck. Der ist egal, der ist egal. Nur die Wave ist wichtig. Hier ist ein Wego bei mir. Der kann von hinten kommen, aber er hat keine Ruhe. Der kann nichts machen. Ich glaub, wir mal ein Gegen-Wave. Ja, ist okay. Ey, du solltest mit Next-Wave noch nehmen, ja? Ja, ich guck, ob ich ihn begehne. Wenn die Wave-Proxy, dann mach ich nichts. Ja. Vielleicht könnt ihr nicht noch vorlaufen. Aber wir kriegen den Turd so schon auf der Wave. Also ist alles gut. Hast du einen Tinker dafür? Gehen wir weiter? Nee. Kratos, Vayne sind nicht da. Jetzt spasen wir für ein Bot. Können wir können? Vielleicht ist das nicht so ein Safe-Bot? Ah, können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Alle zusammenbleiben. Alle zusammenbleiben, alle zusammenbleiben. Wer kann euch hier gegenlaufen? Ich geh Botlane. Ich glaube auch, ich glaube auch. Wir haben noch gute Vision. Sion war auch ein bisschen her. Ich habe mein Pin-Wort abgebaut. Ich bin zu Mitte wieder. Soll ich tanken oder zonen? Ich habe kein Wort mehr, ich habe kein Wort mehr. Wir müssen schon turnen, wir müssen schon turnen. In-Pit, in-Pit ist ein Wort zum TP. Hier, hier, hier. Ja, turn ich hier schon mal. Langsam auf. Also nicht zu deep, nicht zu deep. Können wir selbst dazu? Wir sollen geraten? Oh! Fredi deffen? Wo bin ich? Wo bin ich, wo bin ich? Karpus, Karpus. Raus Kiten, raus Kiten, raus Kiten. Raus Kiten, raus Kiten. Raus Kiten, raus Kiten, raus Kiten. Kill Karten. Ich stehe ja nicht an Kardus-Ultos. Warte. Ich habe nichts. Wir werden alles so schauen, wenn wir uns nichts passieren. Soll ich ja. Vorsicht, Zion! Der Rest war bei mir. Könnte rausgehen danach, glaube ich. W-Gott mich, glaube ich, haben angefrascht. Hey, ich habe gar nicht gesehen, dass er dich hat. Okay. Karte, der ist los. Oh, die fixe. Die fixe, die fixe. Nice. Wank kommt, Vorsicht. Die ist noch full life, die ist noch full life. Ein bisschen für Drakonspins. Die Chased noch. Aber der Karpus fackt so. Ich weiß halt nicht, ob sie flash hat. Ich weiß nicht, ob sie flash hat. Ich weiß nicht, ob sie flash hat. Okay. Okay, da ist der flash. Oh, okay, erhö. Komm schon. Ohohoho. Scheiße. Jeet. Verlieren wir jetzt Dragon? Ja. Die Nash, wir gehen Dragon. Also, wenn sie Nash'n, kriegen wir Dragon, glaube ich. Richtig viel Mitte. Weil, ich glaube, Tolkien, du kannst, glaube ich, ziemlich schaden und rechnen. Egal, wo die sind, oder? Ich hoffe, ja. Ja, aber wir pry und Dragon, oder? Wir nehmen währenddessen noch andere Objekte. Vielleicht, wenn sie Nash'n, kannst du die ein bisschen abfucken? Abfucken, ich versuche mal, ich bin kein Ghost, aber wird schon. Oh, die ist ein. Du machst, glaube ich, dieses Zettel, oder? Ja, easy. Ist der Vego auch da? Vego ist auch da. Wir müssen nur aufpassen vor der Vayne, die ist gefährlich. Wer, kein Flash mehr? Nice, no bad, I think. Ich base in A, im Grunde. Aber Banger von denen, dass sie sich so halten, man. Holy fuck. Crazy, ja. Tatsächlich crazy, dass diese Fights überhaupt, wir sind so weit ahead, dass sie überhaupt knapp sein können. Boah, das war ja auch wirklich der Fall, die haben ja direkt zwei Leute verloren. Ja, das Problem ist halt, sobald sie sterben, müssen wir ein bisschen langsamer spielen, ne? Ja, ja. Und der Kartus hat keinen Beschnack. Ja, Sion und Kartus haben so einen Todeskampf. Die wollen sterben. Und sobald denn einer stirbt, ist halt der Vego da. Boah. Ich hab, ich werd Botlam defenden, wenn der Typ da so pusht. Braucht 200 Gold für Sonne S. Wenn ihr Rotation habt, nach unten auch mitkommen, ne? Mhm. Wenn die Free ist die Rotation, aber der ist hier gerade alleine. Boah, der du Splash hast, außer Argo hin. Die ist dahinter. Vorsicht, die sind... Mitte geht vor. Die hat keinen Flash, die hat keinen Flash. Ja, der wird auf jeden Fall nochmal pushen, ne? Können wir euch bitte einfach bleiben? Können wir auf die gehen? Ja, wir haben keinen Engage, also... Wir haben besonders den Bass, aber Kao ist top. Wir haben keinen Engage. Und die tumbled rein. Wenn sie einfach rein tummelt, ist gut. Ich hab hier vielleicht ne Flank auf Wege, okay? Der schwarze Nebel wird niemandem lassen. Kao ist so ziemlich safe, top der nächste Web noch pushen, Freddy. Aber der hat keinen Nash. Würdest du spielen, sogar. Wenn die kommen. Oh, hier? Wir haben keine Vayne mehr. Das heißt, jetzt... Oh. Shit. Ich hab's da nen Busch getötet. Ich hab's da nen Busch getötet. Das ist ja, glaube ich, bisschen gage. Ja, nein, 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 nein. Ja, vor allem, warum lassen wir mal? Ja, bisschen gage halt, ne? Na, bisschen gage halt, ne? Na, ich hab meine Wege falsch gemacht, ne? Und die vielleicht können wir noch spielen. Ich bin hinter denen. Mal gucken, wo der... Sehr gut, könnte hier sein. Ich glaube, wir wollen mich. Aber er hat dafür geflasht, ne? Ne, war nur an der Old. Ne, war nur an der Old. Ich glaub, du würdest mehr Damage machen, wenn du mal Snip, Snip, Aya, Ja sagen würdest. Äh, Vayne kommt aus der Base. Vayne kommt aus der Base. Sie müssen wahrscheinlich raus. Ich kann's, glaub ich... Die ist Flashless, though. Let's get back. Ich hab's auch... Ich hab's auch... Ich hab's auch... Ich hab's auch mit, äh... Rego hier. Rego auch bei euch? Ja. Der ist, glaub ich, gebased von da, oder nicht? Ja, jetzt hier GE, da kann ich da... Rego hat hier GE GE. Äh, Bluffs up. Wir sollten, glaub ich, wieder Baust stoppen einmal. Ja, Vayne pusht dann einfach immer mitte allein durch. Ich glaub, Agurin, du kannst ja auch einfach easy runterrennen, wenn sie das nochmal macht, oder? Ja, bin ich mir nicht so sicher. Nee, ist nicht easy runterzurennen. Naja, aber das Ding ist, er nimmt ja jeden Fight. Ich bin sehr okay jetzt mit einem. Ey, der ist immer Counter-Bots, der will keiner spielen, oder? Wenn er weiterpascht, zäh. Ja, der gibt, glaub ich, zurück, ja. Dann ne riesige Web. Das reicht, das reicht. Dann gehen wir raus. Hat das kein Flash? Nein, das Spiel? Ähm, Mitter Wave sieht gut aus zum Fighten. Aber wir brauchen, glaub ich, wahrscheinlich... Ich hab kein Ult, ne? Ja, ich guck drauf, ich guck drauf. Ja? Aber Card ist kein Flash für den nächsten Fall. Ich bin auf Vision grade. Ich geh auf, wie gesagt, drauf. Und stopp' ich nach vorne eben, okay. Kommt, ich mein Range für IQ. Keine Info grade auf Sion? Vorsicht auf Sion im Busch irgendwo, an der Wand. Wir sollten einfach irgendwo Vision reinlegen. Und auf einer Seite hafern. Wahrscheinlich Top-Seite ist das Beste, ne? Viego irgendwo hier? Hier so, hier so, da so, da so. Überall. Und dann kannst du einmal resetten und nochmal neu legen. Ich geh fehl'n. Hier sind Viego? Hm. Gehen die auf Freddy? Ne, ne, wir machen ja kein Blaine. Wenn Freddy gehen kann ich auf die fliehen. Lass einfach Nash-Dapel one. Die wissen du drinnen bist, oder nicht? Nö. Ich weiß noch, wie sie meinen können. Dieser Schnell mit dir. Ich sag's, dass Van runter-mooft hier eigentlich. Ja, kann sie? Ja, ich weiß nicht was. Sie kann. Gerne. Er moved auch so, als ob Leona oder Vanhoffern. Also, mit Jonas. Okay, jetzt würde ich sagen, kann ich, du und ich nach meinem Baseball, die laufen actually erstmal Hotline. Holen uns wieder die Sion Old. Und dann können wir die Moven, okay? Se. Am besten ist Brücke auch dabei, bei so eh. Nochmal den Plan bitte. Wir gehen jetzt aber, nach der Mid-Wave, gehen wir den Sion Old abholen. Okay. Wir spielen nur vier Ult. Soll ich mitkommen? Ja, also es könnte halt sein, dass du dir alles aufzufinden sind, ja. Ja, KTB, ne? Aber ihr müsst jetzt close spielen, die könnten alle schon da sein. Also, deswegen brauchen wir auch die anderen. Okay, I guess das war sein Ult, oder? Ja, aber Karthus wird das drücken, ja. Oh! Kann grad nicht so gut durch den River entern. Now I can, I guess. Vorsicht, Karthus Old. Wego, 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 ich hab ihn getrackt. Ich geh auf Sion, ich geh auf Sion, ich geh auf Sion. Er hat keinen Flash, keinen Ult. Ich bin da der Karthus ultet. Ich will das Ashe sehr langsam gern spielen. Sure. Ich bin Nash und der Elda, ist guter Koi. Ich will kein Tepida. Kein Ult, kein Flash, kein Ult, kein Flash. Aber du kannst ihn töten, oder? Okay. Ja, obviously kannst du ihn töten, aber... Ja, ich wollte aber nur für Elda ein bisschen Zeit machen. Ja, ja, ich weiß schon. Ich hatte nur Angst, dass jetzt irgendwas macht und dann wegläuft. Wir sind in 10 Sekunden unter der Brücke, ne? Also, die kann dich nicht so einfach liven oder so. Was ist der Plan hier, Chef? Rotieren wir mit rein? Ja, wir rushen Nash, glaub ich. Bleib mal kurz noch bei mir, weil die... Die kann auch nach unten laufen, ne? Also, wenn es gerade wirklich sehr, 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 sehr okay. Aber wenn die uns weitergewinnen... Ich will jetzt nicht sagen, aber... Die gehen Mitte, die gehen Mitte. Ich glaube... Ich glaube, Karthus ghosted, by the way. Das ist kommst du, das steig mal da. Ja, warte, ne? Ja. Wir kommen von hinten. Macht langsam, wir sind gleich da. Oh, shit. Wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen. Wir kommen, wir können das jetzt falten, aber. Oh! Buschleife links laufen soll, nächste. Kein Fleisch, kein Fleisch. Der hat nichts, der hat nichts, der hat nichts, der hat nichts. Das ist doch... Geil. Wie? Leona, Leona? Mit dem? Huge. Die bleibt vielleicht mit Kausel, um älter zu machen, ne? Soll ich mal älter, ne? Soll ich rüber gehen? Ja, geh rüber, grüber. Ja, ja, ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Ja, ich glaube, zu zweit können wir es halten. Karthus kann schon drauf sein mit Zaun. Wir haben sehr viel Damage mit Karthus, ne? Ja, Zaun ist auch nicht bad. Der ist probably gone, so, ne? Vego ist da. Vego ist da. Vego ist da. Fertig den Weg, ich muss auch. Geil der Gegend. Schön. Jetzt noch Steal, Freddy, und dann, ne. Ah, ne. Wauski macht 2.000 Schaden. Ey, du bist ja schnell, du warst schon, ja. Oh, du hast ihn. Geil, Sau. Loil. Ihr habt ihm den Fall. Ne, bitte, 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 bitte. Ja, ich DP gleich zu dir. Nice. Scheiße. Ich hätt früher Flaschen, weil das für ein Schaden. Wow. Holy shit. Hier muss ich auch noch Flaschen. Was ist passiert, dass du denkst, der Ghosted? Ja, ich stand, also ich stand hier oben in dem Busch, für ne Minute, hab zwei Waves an mir vorbeigelaufen lassen. Und der hat den Busch einfach gecoot. Die werden ja kein Flaschen. Können wir auf die Rauffaschen mit dir oder so? Wenn sie einmal tundelt. Ich hab noch Flaschen. Ich hab noch Flaschen. Ich hab noch mal ein Flaschen. Hast du geslo圖t? Ich hab keinen so nex. Keine... Du wirst jetzt mingeln. Der wird tatsächlich f****** gut. Welcher, der ist nebel. Der spielt echt sehr krass. Er spielt, der, glaub ich, kein End mehr, oder? Freddie... Ah, nee, die Freddy, Brükie, wait, RIDE! Dennoch älter, der schafft das. Schade. Du schaffst das. Karnie! Karnie! Dein Nexos! Ist es immer dein Nexos. Du schaffst ihn nicht leider. Oh my God. Schaffst du nicht leider. Ich bin ohne zwei Sekunden. Ich bin ja mitõesiger, oder? Wir haben nicht ganz so viel getroffen, also ich Aber ich glaube in so einer Situation kaltest du nach oben weg, damit sie nach vorne tummeln muss und dann kannst du die ficken Wann kriegen wir TP? Hat das Wort halt nicht lang genug, ne? Na bitte nicht Ich mach einfach Ulti und der stirbt wer, ne? Also mein Damage ist komplett bescheuert Ich hab Respekt vor, Vanny, sagst du wie es ist Aber ich auch, die hat keinen Flash Freddy macht sein Plan Mitte und ich renne neben 3 mit Ghost vorbei und hätte Nexus Das find ich sehr geil, glaub ich, ja Wir gehen alle Mitte und du probierst irgendwo reinzuschießen Ihr müsst euch vor mich werfen, damit der Sio mich nicht ulten kann, ne? Den Job übernehme ich Ich bin Bodyguard Ich geh durch Bot Lane into Bot Lane Nexus Können schon irgendwo an der Seite stehen und trappen, ne? Mhm Wollen wir Top gehen? Ne, ne? Ne, du hast gesagt Mitte Machen wir Mitte Aber ich glaub wir sollten kurz eine Seite covern Ja, das glaub ich auch, weil die können hier überall sein Ich hab Angst vor, hier ist ein Wego E gewesen, hier, genau hier Wir sehen Sion, sogar Wir sehen Sion, das sollte glaub ich sogar das save me jetzt Uh, die Reim bitte Ich hab dir ja die Leona Mhm, hat die Leona dich? Nein Ne, ne, ich bin nicht Ich hab die Leona kein Lass Ich bin fast in Position Ich glaub jetzt kannst du schon mal Er ist schon relativ low jetzt der Gartus Okay, lass mal von oben reingehen und toll gehen von unten, okay? Ähm Also, jetzt gleich können wir hinten Glaub ich nur Nexus Ja, das ist eigenes Spiel Das hat auch geil Leider Wo ist heim? Ähm Ich bin nicht integriert ein bisschen Ich bin nicht integriert ein bisschen Dann ist tot noch Dann ist es raus Ja, vielleicht, wenn ihr das langsam genug spielt Nein, nein, frau sie kann ich Ah, das ist noch nicht an, das ist noch nicht an Das ist noch nicht an, das ist noch nicht an Fuuuck Nein, das ist fein Wir haben einen Balls bekommen Können wir noch für den Backdoor spielen Also, ihr habt auch Ocean Dragon Also, ich glaub das kann schon noch funktionieren Ich würde auf eine andere Seite gehen, weil es ihr Ich hab mir noch knapp abgeguckt Na, war kein Finish Angle? Ich dachte, du drückst da los und rennst da doch nicht so wie ich Ja, weil der hat mich geblockt, der Sound Ich kann da nicht komplett durchrennen Die Wände da auch nicht klären können Nice Ich gucke Also, ich denke wir chillen aber auch für den Nash, oder? Ja, ja, probably Aber vielleicht haben wir einen Warp Ich kann nicht an Van vorbeilaufen Die hittet mich einfach zu Tode Ja, ja, das will ich nicht Ja, das will ich nicht Ich glaube, das ist einfach ein Nash Angle in zwei Minuten Oh mein Gott, Freddy Nein Das ist cool, dass die Hütte war Schade Oh! Oh! Okay, von denen auf irgendwelche Nicht so guten Champions Ja, bald sind seine Champions League Ist ja gar nicht soweit Ja, ja, ich würd grad sagen Er hat noch Genre, glaub ich Zaya? Zaya soll viel mehr, viel mehr Balance Zaya ist auch nerft nochmal auf dem Patch Sind alle Botlane, warum? Ich push durch Also, wenn du die Vayne kennst, kannst du nicht durchrennen? Ich glaube, ja Ich hab kein Problem, oder? Aber wenn es... Wir töten sie doch jetzt hier einfach, oder? Wir töten sie doch jetzt hier einfach, oder? Du triffst das Tode, oder was? Ah, hier ist so ein Sego vielleicht? Ist Sven schon gebase-ready? Ja, die ist noch da Die ist sehr, sehr low Ein ins Spiel Ein ins Spiel Röki Röki, fühl das Herz der Karten Fühl es Mit durch, mit durch, mit durch, mit durch Wir können easy werden Das ist so gefühlt Moving, moving Die kann nicht fallen Oh, was? Heute kommt auf dich, Röki Die Vayne ist da? Gute, ja 9, jetzt ist mein Chilter Oh mein Gott Da kannst du das Game verloren? Ich kann nicht, oder? I can't believe it! Wie? Ich hab die P, wenn ich ab bin Der Worte ist der Envision vom Turm? Das sind so geil Nein! We can't end Wieso war sie full live? Die war 1 HP Ich glaube, ihr hättet auf die drauf rotieren sollen Nach unten Ja, ich dachte halt, wir können beenden Aber dann ist der Viggo-Bang geflasht Oh mein Gott Ja, safe Aufrotieren, dann gewinnen wir einfach, ne? Ich glaube das Game, ja Hatte sie noch Ult? Ja, sie hatte noch Ult Ich hab sie einfach fast gewundet Und sie hat geflasht, hat sie auch No joke, wenn die Nash machen Und dann Elder wollen Kann ich Blocker backdown Wenn Vayne nicht da ist, 100% Ja, look at the base Ich hab gerade wieder Vayne getötet, ne? Das ist nur Vayne Alter, die Carries im Late Game sind so bescheuert, ey Ich bin dann in Chaoshood gestorben Weil ich nicht gesondert hab, leider Ich weiß nicht, was ich kaufe soll Ich hab 2.000 Golgi Aus deinem Dings Oder wir sterben jetzt alle für'n Backdoor-Wort Oh, scheiße Die Bot-Perve ist eigentlich okay Die gehen zum Elder auch noch rüber, ne? Weil sonst können wir Elder nehmen Und dann sind wir doch fallen Sie haben einen guten Der Water reicht doch Wir müssen die nur beim Elder canceln Nicht Bart in base of New Pot Der Wichtigste ist, die Wichtigste ist Vayne, ne? Ja, Vayne ist Ich glaube die wollen Ich glaube die wollen Ich glaube die werden geben, though Kann das jemand rauskriegen? Hmm Geh' auch schon hier Ich weiß nicht, dass die die geben, eiligerweise Ich weiß nicht, dass die die geben, eiligerweise Ich weiß nicht, wenn ich da nicht Der Carthus, der Carthus, der Carthus Ich kill den, glaube ich, alleine Und wo wir rein? TP? Oh mein Gott, wir haben mich Ja, Falte bis hin, ist okay? Ja Okay, wir müssen, wir müssen interroppen Wir müssen interroppen Bitte Du sollst dir nicht zeigen, Karne Go Wie soll ich nicht zeigen? Oh, das ist ja so schön Go, Junge Nee, it's impossible Oh, ist das so schön Ist das so schön, wieder so zu enden? Geil! I love it Geil Das ist doch 1v9 hätte, eil Oh my goodness Das ist doch schon ein geiles Game zu spielen, Leute Das ist wie früher Ich weiß nicht Es ist wie früher, dass das schneller gewonnen ist, eil Wir haben halt ein bisschen Ein bisschen getrollt Ja, ich hab auch Ich bin extra seit die Brücke gesagt Ja, ich hab extra ein bisschen geintet dann auch am Ende Ich sag wie es ist Ich hab bei Duto reingeschrieben Washed up top And you will always look for a backdoor Und es ist true Are you not entertained? Always look for a backdoor Jedes Mal Ich hab's schon gesagt Ich hab's schon gesagt Ich hab's schon gesagt Immer Dafür spielen wir Und danach gegen die Ein bisschen geile Ich hab's schon mal Danke auch an Bambi Vielen lieben Dank Ein Best of Wünsch Liebe Ted Da war doch geil Komm, wir erleben den letzten Moment Ich hab's schon Aber ich glaub der Gewinner spielt dann noch gegen den Gewinner Von der anderen Runde Also sobald ich die Vayne bei Freddy sehe Ist halt ein Commitment Angle Right Sobald die Vayne Freddy killen kann Ne, es sind nur Scrims heute Wir spielen heute einfach besser 5 gegen ein Team Und gleich spielen zwei andere Teams Ah beautiful Besserfalls, stimmt. Absolut. Okay, okay. Karni, du bist die geile Saal für den Ward, by the way. Nee. Ja, das ist... Ja, Tolkien, mittlerweile kennen wir uns. Das ist schon ein tweeter Ward, ja.